Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, weil der eigentliche Sachverhalt einfach und leicht zu erfassen ist, besteht der von uns eingebrachte Antrag aus nur einem Satz. Die Landesregierung wird aufgefordert, sich für eine sofortige Aussetzung der Visafreiheit für Bürger aus Mazedonien und Serbien einzusetzen. Die Europäische Union hat diverse Abkommen zur Visumerleichterung abgeschlossen, so zum Beispiel mit der Russischen Föderation der Republik Moldau und der Ukraine. Zum 19. Dezember 2009 wurde die Visumpflicht für Staatsangehörige aus Mazedonien, Montenegro und Serbien für Aufenthalte im Schengen-Raum aufgehoben. Diese Aufhebung gilt für einen Zeitraum von bis zu 90 Tagen pro Halbjahr und gilt nur für Inhaber eines biometriischen Passes. Selbst die auf grenzlose EU-Erweiterung getrimmten Bürokraten in Brüssel hatten hier also immerhin das Vorhandensein eines Passes von einer Einreise ohne Visum abhängig gemacht. Offenbar kennt man seine Pappenheimer aus dem Ostblock, denn solche Auflagen, geschweige denn eine Visumpflicht für Deutschland, gibt es zum Beispiel nicht für Staatsbürger aus Argentinien, Costa Rica, Südkorea oder Malaysia, um nur einige Länder zu nennen. Die Bürger dieser Staaten dürfen ohne Visum einreisen und sich bis zu 90 Tagen im Halbjahr hier aufhalten. Allerdings dürfen sie während dieses Zeitraums keine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Und auch Staatsbürger aus Israel, Japan, Kanada und den USA können einen Aufenthaltstitel auch für Aufenthalte über 90 Tage noch nach der visumfreien Einreise beantragen. Gleiches gilt für Bürger aus Brasilien und Honduras, sofern diese Gäste hierzulande keine Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen. Die Bürger der genannten Staaten, die jeweils nur beispielhaft genannt wurden, können also problemlos in Deutschland einreisen und benötigen zudem keinen Pass. Bei diesem Pass auf dem entsprechenden Speicherschip die Personendaten, das Passfoto und die Fingerabdrücke des Personeninhabers gespeichert werden. Das Auswärtige Amt erklärte hierzu, Zitat, Biometrie in Pässen ermöglicht eine maschinelle gestützte Überprüfung der Identität der Reisenden an der Grenze. Die auf dem Chip gespeicherten Daten sollen die Grenzbehörden in der Lage versetzen, auch bei äußeren Veränderungen zweifelslos festzustellen, ob die Person, die den Pass vorzeigt, auch diejenige ist, für die der Pass ursprünglich ausgestellt wurde. Zitat Ende. Staatsangehörige aus Mazedonien und Serbien können, sofern sie Inhaber eines solchen Passes sind, visumsfrei in Deutschland einreisen. Und hiervon wird reichlich Gebrauch gemacht. Allerdings nutzen gerade Bürger aus Mazedonien und Serbien die Erleichterung zur Einreise nach Deutschland gleich schamlos aus und stellen völlig unbegründet Anträge auf Asyl. Allein seit Januar 2012 haben mindestens 7.000 Staatsbürger aus diesen beiden Ländern entsprechende Asylanträge gestellt und verbringen so hierzulande einen mehrmonatigen Asylurlaub. Spätestens mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes im Juli 2012 zum Asylbewerberleistungsgesetz wurde ein noch größerer Anreiz geschaffen, sich auf Kosten des deutschen Steuerzahlers einmal für ein paar Monate in Deutschland umzuschauen. Die durchschnittlichen Realeinkommen in Mazedonien und Serbien liegen unterhalb der deutschen Sozialleistungen. Kein Wunder also, wenn nicht nur in Belgrad die Meldung wie ein Lauffeuer Verbreitung findet. Man kann mit einem Asylantrag in Deutschland mehr Geld verdienen als mit ehrlicher Arbeit am Fuße der Karpaten. Und das Schlimmste, was einem Asyltouristen droht, ist die bezahlte Fahrkarte in die Heimat. Diesen Umstand bestätigte am 9. Oktober auch der innenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Hans-Peter Uhl. Zitat Seit Januar haben mehr als 7.000 Menschen aus Serbien und Mazedonien in Deutschland Asyl beantragt. Die Anerkennungsquote liegt bei 0%. Das heißt, dass das Grundrecht auf Asyl massiv missbraucht wird. Und weiter Derzeit erhält ein alleinstehender erwachsener Asylbewerber bei einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von zwei Monaten ohne Rechtsbehelfsverfahren rund 700 Euro plus Heimfahrtkarte, ohne dass ein berechtigtes Asylbegehren besteht. Zitat Ende Die Tageszeitung Die Welt nannte es unter der Überschrift per Asylantrag ins deutsche Sozialsystem. Am 2. Oktober 2012 so, Zitat Mazedonier und Serben dürfen visafrei nach Deutschland einreisen. Von dort kommen nunmehr Asylbewerber. Der Grund? Die Sozialleistungen. Zitat Ende In dem genannten Zeitungsartikel lässt sich der bayerische Innenminister Joachim Herrmann von der CSU wie folgt zitieren. Wir können es nicht hinnehmen, dass Länder, die in die EU streben, Hauptherkunftsländer bei den Asylverfahren sind. Es gibt dort keine asylrelevante Verfolgung. Die Anerkennungsquote war im Jahr 2011 gleich null. Zitat Ende Angesichts dieser richtigen Lageeinschätzung, nicht nur unsererseits, ist es dringend geboten, diesem Sozialleistungsmissbrauch ein Ende zu bereiten. Und dass so etwas ohne große Probleme auch in einem rechtsstaatlichen Verfahren zu gewährleisten ist, machen uns dieser Tage gerade die Schweizer wieder einmal vor. Das Schweizer Bundesamt für Migration hat kurzerhand ein Schnellverfahren eingeführt. Über einen Asylantrag kann somit nach einer Anhörung innerhalb von 48 Stunden in erster Instanz entschieden werden. Die Landesregierung ist aufgefordert, hier tätig zu werden. Im Ältestenrat wurde eine Aussprache mit einer Dauer von bis zu 90 Minuten vereinbart. Ich sehe und höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Und ich eröffne die Aussprache. Und das Wort hat der Abgeordnete Herr Saalfeld von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich frage mich, ob sich die SPD, Entschuldigung, pardon, ich fange nochmal von vorne an. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich frage mich, ob sich die NPD nicht langsam selbst ziemlich erbärmlich vorkommt. Mit den vier eingereichten Anträgen für diese Landtagssitzung will sie nun also allen Ernstes das in Ihren Augen verhasste System verändern, gar das verhasste System abschaffen? Ach, natürlich muss ich aufhören, Herr Köster. Ich muss mich berichtigen, denn von den vier Anträgen haben Sie ja zwischenzeitlich zwei zurückgezogen. Bleiben also immerhin noch zwei revolutionäre Anträge übrig. Und mit diesen zwei Anträgen wollen Sie also allen Ernstes Ihren Siegeszug antreten und die Massen begeistern? Ernst ehrlich, ich lache mich wirklich schlapp. Also das ist wirklich lächerlich. Schauen wir uns die politischen Schwergewichte mal an. Ui. Oh je. Die zwei verbliebenen Anträge bestehen aus viereinhalb Zeilen und aus anderthalb Zeilen. Die NPD-Fraktion mit Millionen Etat schafft es innerhalb eines Monats gerade einmal sechs dürftige Zeilen aufs Papier zu kritzeln. Meine Damen und Herren, das ist ja schlimmste Leistungsverweigerung. Das ist ja schlimmste Drehkeit gepaart mit Faulheit. Also mit deutschem Fleiß hat das definitiv nichts mehr zu tun. Ich finde das einfach nur noch peinlich. Damit müssen Sie selbst zurechtkommen. Sie diskreditieren mit Ihrem eigenen Auftritt ja die eigene deutsche Sache am allermeisten. Tja, aber leider oder vielleicht ist es auch ganz gut, damit hört das Elend der NPD-Fraktion noch nicht auf. Noch lange nicht auf. Im vorliegenden Antrag beschweren sich die Leistungsverweigerer der rechten Ecke doch allen Ernstes über Sozialleistungsmissbrauch. Wissen Sie was? Ich halte Ihr monatliches Arbeitspensum von sechs kläglichen Zeilen für den schlimmsten und größten Sozialleistungsmissbrauch, den es hier im Land seit langer Zeit gegeben hat. Sie verbrassen hier Steuergelder und schaukeln sich ein auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger. Das ist an Dreistigkeit ja nicht mehr zu überbieten. Ja, ich weiß, es ist Ihnen peinlich, dass man mal hier eine Leistungsbilanz vorführt von Ihrer Fraktion. Meine Damen und Herren, nach nur einer Wahlperiode ist die NPD-Fraktion so saturiert, dass sie scheinbar keinen Finger mehr krumm macht. Pöbeln kann der Herr Pasteurs aus seinem Weichensessel hier im Plenarsaal gut, aber gebacken bekommt sein Männerverein schon lange nichts mehr. Naja, so gut. Ich bin ja froh, dass es nicht mehr ist, was Sie hier präsentieren. Ich freue mich ja über Ihre Arbeitsverweigerung, aber kommen Sie uns dann bitte nicht daher stolziert und referieren über Sozialbetrug und Leistungserschleichung. Ich finde das alles ganz schön traurig und ich mag mir auch gar nicht vorstellen, wie Ihre historischen Vorbilder im Grabe rotieren würden, wenn Sie das alles wissen würden. Aber mit diesen historischen Vorbildern habe ich auch wenig am Hut und auch wenig Mitleid. Schließlich haben Sie es vielleicht auch verdient, von einem so kläglichen Haufen beerbt zu werden. Was aber das Erbärmlichste an der ganzen Geschichte ist, ist doch, dass Sie sich kläglich daran versuchen, sich an aktuelle politische Geschehnisse anzuhängen, in der infantilen Hoffnung von der politischen Debatte zu profitieren. Aber ich kann Ihnen sagen, da können Sie noch so lange demokratische Politiker hier vorne zitieren. Es wird Ihnen nichts nutzen. Pretentiös versuchen Sie sich mit Ihrer dürftigen Resteleganz und Ihrer ganzen Ideenlosigkeit hinter abgefahrene Züge zu werfen. Ich sage Ihnen, die Debatte um die Visafreiheit von Serben und Mazedonien läuft zwischen den demokratischen Parteien bereits im vollen Gange. Auf die NPD hat da niemand gewartet. Und mit diesem anderthalb Zeilenantrag tragen Sie auch nichts zur Meinungsbildung bei. Wahrscheinlich dämmert es den Herren von der NPD insgeheim schon seit Längerem, dass man sie weder braucht noch vermissen würde. Aber was bringen Sie denn nun überhaupt vor? Beschäftigen wir uns kurz damit. Die alte Angst vor der Überfremdung hier, Hetze wegen angeblichem Sozialleistungsmissbrauch dort. Ich sage Ihnen, ich halte es für absolut realitätsfremd. Glauben Sie wirklich in Ihrer Paranoia, dass wegen der 7.000 Asylbewerber aus Serbien und Mazedonien Deutschland vor dem Kollaps steht? Glauben Sie das wirklich? Ich halte das für nicht haltbar. Die Gesamtasylbewerberzahl in Deutschland liegt zwar im September 2012 über dem Vorjahreswert, aber kaum höher als im September 2010. Frau Tegmeier hatte das eben gerade schon sehr gut und ausführlich vorgetragen, aber ich trage es trotzdem noch mal vor. 2010 gab es insgesamt 41.300 Asylbewerber in Deutschland. 2011 gab es 45.700 Asylbewerber. Und 2012 gab es bisher 40.201 Asylbewerber. Sie machen hier einfach nur Panik. Und zur Erinnerung, 1992 lag die Zahl der Asylbewerber bei 438.000. Das ist das Zehnfache. Und Sie stellen sich hier hin, als ob die Welt untergeht. Deswegen glaube ich auch, dass es momentan keine Notwendigkeit gibt, diese Regelung anzufassen. Aber es sei so. In der aktuellen Debatte in Deutschland muss jetzt abgewogen werden, welcher Weg beschritten werden kann. Damit in Zukunft die wirklich notleidenden Menschen in Serbien und Mazedonien, die Asylberechtigten auch weiterhin die ihnen nach Menschenrechtskonventionen zustehenden Hilfen erhalten. Nach Aussagen der serbischen Regierung und auch der Europäischen Union ist die Situation der Roma in Serbien und Mazedonien äußerst prekär. 30% der rund 450.000 Roma haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 70% leben ohne Abwasserbeseitigung, das ist durch Kanalisation. Nach Umfragen sind sie die am meisten diskriminierte Bevölkerungsgruppe. Ihnen werden vielerorts elementare Menschenrechte vorenthalten, wie der Zugang zu Bildung, wie der Zugang zu Ausbildung, wie Arbeit und Gesundheitsversorgung. Ich weiß, dass die NPD nichts von Menschenrechten hält. Das müssen Sie nicht jedes Mal bestätigen, Herr Pasteurs. Ihre Maxime lautet bekanntlich, nach unten zu treten und nach oben zu buckeln. Hier gegen Asylbewerber hetzen, dort den großen Fraktionsvorsitzenden in seiner Selbstgefälligkeit bestätigen und einen hirnlosen Führerkult zelebrieren. Ich kenne nichts anderes von Ihnen. Ist das alles eigentlich alles, was Sie zu bieten haben? Es tut mir einfach leid, es ist beschämend, aber was rege ich mich eigentlich auf? Denn die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes, denen ist ja schon lange bewusst, dass mit Menschen, die nach unten treten und nach oben buckeln, keine liebenswerte und keine lebenswerte Gesellschaft aufzubauen ist. Mit diesen Menschen nicht. Ihrer schwindenden Wählerschaft sollte bewusst sein, dass sich dieser Hass, den Sie da in den Landtag gewählt haben, schnell gegen Sie selbst richten kann. Denn wer in den Augen der Rechtsextremisten schwach ist, auf dem wird früher oder später ebenfalls herumgetreten und herumgetrampelt. Wir Demokraten stehen dafür, diesem Irrsinn die Stirn an jeder Stelle zu bieten. Entscheidend ist aber, meine Damen und Herren, dass die demokratischen Parteien die Debatte um die Visafreiheit bereits führen und nun die sachlichen Argumente gegeneinander abwägen. Ganz bestimmt wird dieser alberne anderthalb Zeiler nicht in unsere Bewertung eingehen, den die NPD hier vorgelegt hat. Deswegen können wir Demokraten und Demokratinnen, auch wenn wir in der Sache nicht einer Meinung sind, dieses traurige Stück Papier mit bestem Wissen und Gewissen ablehnen. Bevor ich meine Rede beende, will ich doch nochmal die Zeit nutzen, eine Feststellung zu machen. Ich stelle mir manchmal vor, wie ernüchternd muss es doch für die NPD gewesen zu sein, Entschuldigung, wie ernüchternd muss erst der schnelle Erfolg der Piratenpartei auf die NPD gewirkt haben. Die ganzen Verschwörungstheorien der NPD über das angeblich abgeschottete und undurchlässige demokratische System der Bundesrepublik Deutschland muss ja wie ein Kartenhaus bei Ihnen zusammengefallen sein. Da kommen ein paar Politikneulinge mit einem Sack sympathischer Ideen und fahren damit politische Erfolge ein, von denen die NPD seit Jahrzehnten in ihrer braunen Bettwäsche nur geträumt hat. Also, ich finde Ihre gesamte Performance, finde ich absolut traurig und ich glaube, es dämmert Ihnen langsam selbst. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es sicherlich schon gemerkt, ich weigere mich, mich mit solchem intellektuellen, naja, in Form eines, ich will es jetzt nicht ausdrücken, also mit so einem Blödsinn, mich tatsächlich inhaltlich auseinandersetzen zu müssen. Die NPD soll erst einmal das Arbeiten wieder erlernen, dann führen Sie, dann dürfen Sie vielleicht auch nochmal zu Sozialleistungsmissbrauch sprechen. Solange Sie das aber nicht machen, Herr Pastörs, Sie haben immer gut reden aus Ihrem weichen Sessel heraus. Ich sehe hier keine Leistung von Ihnen. Sie mögen vielleicht manchmal den Finger in eine Wunde legen können, aber wo sind denn die Konzepte für diese Gesellschaft? Ich sehe nichts, ich sehe überhaupt nichts, wie Sie etwas für diese Gesellschaft tun. Solange Sie hier nicht... Herr Saalfeld, mal einen ganz kleinen Moment. Herr Pastörs, Sie kennen das immer wieder, diese Zwischenrufe, die dann schon fast in Dialoge sich ausbreiten, aber Sie haben eben den Abgeordneten Saalfeld beleidigt, sogar wiederholt und dafür erhalten Sie den zweiten Ordnungsruf mit der Belehrung, dass ein dritter Ordnungsruf den Redeentzug nach sich zieht und Herr Saalfeld hat wieder das Wort. Ich war schon fast am Ende, denn ich wollte der NPD, ich weiß nicht warum ich es mache, einen kleinen Rat mit auf den Weg geben. Sprechen Sie nicht über ehrliche Arbeit, wenn Sie es selbst nicht können und üben Sie sich etwas in Demut, vor allem wenn Sie so auftreten, wie Sie auftreten. Ich halte mich also kurz, wünsche allen hier im Saal noch die Kraft, dieses Trauerspiel, dieses Tagesordnungspunktes bis zum Ende durchzuhalten und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt der Abgeordnete Herr Müller von der Fraktion der NPD. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Visumfreiheit für Serbien und Mazedonien muss auf den Prüfstand gestellt werden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat der Innenminister auch auf unser Betreiben hin bereits im April 2012 getroffen. So zitiert die Zeit, die wählt am 12. Oktober 2012 den CSU-Politiker und Bundesinnenminister, Herrn Hans-Peter Friedrich. Passiert ist offensichtlich seit April, also seit mehr als einem halben Jahr, rein gar nichts. Die Zeitung Neues Deutschland vom 13. Oktober 2012 berichtet, Zitat, Bundesinnenminister Friedrich wirft Serben und Mazedoniern, die nach Deutschland gekommen sind, Asylmissbrauch vor, Zitat Ende. Im gleichen Artikel wird Herr Friedrich mit den Worten zitiert, der zunehmende Asylmissbrauch ist nicht akzeptabel, Zitat Ende. Die Süddeutsche Zeitung berichtet ebenfalls am 13. Oktober 2012, Zitat, insbesondere Angehörige der Roma-Minderheiten reisen seither vermehrt in die nördlichen EU-Länder und stellen dort Asylanträge. Diese sind jedoch aussichtslos, weil die Roma zwar oft sehr arm sind, aber nicht politisch verfolgt. Auch der SPD-Innenexperte im Bundestag, Michael Hartmann, forderte ein konsequentes Durchgreifen. Hier solle mit der nötigen Strenge ein Signal gesetzt werden, sagte Hartmann dem Südwestfunk. Es seien gewissenlose Bannen am Werk, die Menschen vom Balkan nach Deutschland lockten, um eine gewisse Zeit in diesem System zu sein, Zitat Ende. Und am gleichen Tag berichtet die Tageszeitung, Zitat, Viele Asylaufnahmeeinrichtungen in Deutschland sind derzeit überfüllt. In Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern haben die Behörden begonnen, Notunterkünfte etwa in Sporthallen zu eröffnen. So wurde in Köln am Mittwoch eine Sporthalle für 200 Flüchtlinge zur Verfügung gestellt, Zitat Ende. Auch wenn hier fälschlich von Flüchtlingen gesprochen wurde, legte die gleiche Zeitung am 17. Oktober 2012 in dieser Sache, nämlich der Unterbringung von 200 Zigeunern in der Turnhalle am Reitweg im Kölner Stadtteil Deutz, mit interessanten Details nach, Zitat, Die meisten von ihnen sind Roma aus Serbien und Mazedonien. Nach Köln sind sie Ende vergangener Woche gebracht worden, weil die Erstaufnahmeeinrichtungen Nordrhein-Westfalens in Dortmund und Bielefeld überfüllt sind. Auch die Durchgangseinrichtungen in Hema und Schöppingen platzen aus allen Nähten. Zitat Ende. Der Irrsinn geht inzwischen so weit, dass man in Düsseldorf sogar die Bergische Kaserne der Bundeswehr mit Asylbewerbern belegen wollte. Dieses Ansinnen wurde seitens der Bundeswehrverwaltung konsequent zurückgewiesen. Ausweislich meiner kleinen Anfrage Drucksache 6-769 und der kleinen Anfrage meines Kameraden David Peterreit Drucksache 6-1178 stellt sich die Entwicklung der Asylbewerberzahlen aus Serbien wie folgt dar. Während vor Inkrafttreten der Visa-Befreiung 2009 in Mecklenburg-Vorpommern in jenem Jahr ganze zwei serbische Staatsbürger einen Asylantrag stellten, waren es im Folgejahr 2010 schon 118 Serben und 2011 dann bereits 169 serbische Staatsbürger. Wer angesichts dieser Entwicklung so tut, als sei diese Problematik quasi über Nacht entstanden, lügt wieder besseren Wissens oder hat dieses Problem schlicht verdrängt. Die genannten Zahlen zeigen aber auch auf, wie verlogen der Aktionismus ist, den zahlreiche Politiker gerade aus Reihen von CDU und CSU an den Tag legen. Jetzt, wo die Unterbringungsmöglichkeiten aus allen Nähten platzen, will man sich des Problems annehmen. Drei lange Jahre war man untätig und hat weggeschaut. Man hat diesen Sozialschmarotzer-Tourismus zugelassen, übrigens auch zu Lasten jener Asylbewerber, die unter Umständen tatsächlich einen Anspruch auf politisches Asyl in Deutschland hätten. Die Roma bezeichnet man ja auch landläufig als fahrendes Volk und Reisende soll man bekanntlich nicht aufhalten. In diesem Sinne wünschen wir den Asylzigeunern eine gute Heimreise. Vielen Dank.